genau und dann zwei tage später unkraut bekämpfen ja das ist noch schlimmer als walzen hallo anja und willkommen zurück dankeschön kommt zurück anja aha das war falsch torsten wollte ich rammy geben weil torsten immer so krübeln tut ja daneben mich nachmittag nachmittag da du hast ja nicht nur kuchen und alles da muss ich auch noch da popcorn reinschrauben ja logisch was dachtest du denn ja weißt du eigentlich dass er bei kuchen hat ich glaube das habe ich schon mal mitgekriegt warum eigentlich warum ich den hat ja weil ich ihn mir gestern gekauft habe habe ich überhaupt warte mal habe ich überhaupt nur eine korrektur hier gemacht gott natürlich nicht ich habe keine spur einstellung gemacht keine arbeitsbreiteneinstellung macht ja nichts am heute jetzt arbeitsbreite einstellen klug scheißer das haben wir gerne das hat er mit mir vorhin auch gemacht und den vogel kannst du nicht mal für stille treppe setzen der redet ja eh nicht da freut er sich da fühlt er sich wohl da hat er sein so gut zu liegen und seine bücher und sein tablet und keine ahnung was nicht doch mit mir um ich schreibe gerade an ja wann ist los hörst dich so müde an vielleicht ein kleines mittagsschläfchen äh nein ob die einstellen von hörbi ja lacht ich kaputt hörbi noch eine stunde denn es halbzeit ja hallo zusammen von ksds ksd ist dir auch einen schönen sonntag gewünscht ksds ksds grüß dich hallo ksds gucken hallo omi von hörbi ja passt hallo stefan von omi monstermutti die beklopften family hockles legacy dienstag dienstag ja dienstag ich freue mich schon drauf dann gibt's wieder ravioli ravioli ist gut dass die anja dazwischen durch mal sagt dann weiß wenigstens jeder torsten schlange ist fisch was macht den fischkopf ach so den fischkopf ich wusste es kann eigentlich durchziehen oder oder liebte noch was mehr können durchziehen der meine spur das ist anders und das hier meine da wo ich gerade drauf rumtun der stürme bist du da für den torsten ja ich denke ich bin auf meiner ja aber denken ist glückssache du musst nur weiter vor sonst kann ich nicht reinziehen das könnte passen doch nicht man jetzt fängt der nils an wie der tor der herby gestern stehst du schon richtig gerade oder ich glaube gerade wird es nicht ja dann bleiben wir hintereinander macht nix war du vor nein abgelehnt nein als wenn ich auf euch höre nein ich glaube wir sind noch eine zu weit drüben gewesen anja patrick hat ein follower da gelassen herzlich willkommen im alten heim ab dann und rollator raudys danke für den follower schönen mittag gewünscht habe ich vorhin gesagt morgen gewünscht egal wenn jemand aufsteht wir haben wir haben fünf stunden hinter uns gemacht wow schon ja joho joho danke bitte Lasst es euch schmecken, Hörbi. Guten Appetit, Hörbi. Bild ist im Discord. Das ist der TikTok-Link, der Discord-Link. Danke, Hörbi. Guten Appetit, Hörbi und Frau. Hey, Hörbi, lasst es dir schmecken. Mit Eis und dem YouTube-Link. Danke, Hörbi. Eis, ja, Eis habe ich noch. Ich auch. Ich glaube, wir haben auch ein neues Eis gekriegt. Weiß nur nicht, ob meins dabei war. Hörbi, welche Tatsache hast du? Null. Ich auch. Ich kann dir nicht sagen, warum das heute nicht funktioniert. Kein blassen Schimmer. Das fahren wir halt so, dann haben wir eine Überlappung. Das macht nichts. Thorsten kriegt ganz viele Schneewelle an. Ich wollte gerade fragen, bist du noch da? Und Anja kriegt Erdbeeren und Kaffee vom Nils. Den Kaffee kannst du behalten. Vielleicht ist es ja Schoko-Cappuccino in der Kaffee-Tasse. Schoko-Cappuccino, Schoko-Cappuccino, ohne Zusatz-Zucker, ohne Zusatz-Zucker. Der Thorsten ist gemein, der Thorsten ist gemein. Ja, und wie. Oh, wie bäh. Ja. Der lauert nur drauf, dass der irgendeinem oder dann den Kopf schmettern kann. Thorsten ist ein Wiesling. Thorsten ist ein Wiesling. Anja, das ist Schoko-Cappuccino vom Nils. Mit Zucker oder ohne Zucker? Die Ramy kriegt Pizza-Stückchen und eine Baby-Pulle? Was? Hä? Hä? Oder ist die Pizza für die Ramy und die Pulle für dich? Ich frage einen Freund. Für Ramy. Ah, Für Ramy. Aha. Kannst du mal eine Flasche mit Quasselwasser zum Thorsten schicken? Kein Kicherwasser. Quasselwasser. Auch kein gehässiges Lachwasser oder so. Äh, ich hab da noch so ne, äh, 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 zwei Liter Flasche oder sowas quasi Wasser zu stehen. Ja, aber da ist Aluhol drin, ne? Aha. Nein, das ist nicht gut, nein. Kein Aluhol. Nicht gut. Nein, nein. Warum nicht, Ophi? Muss ich dir das wirklich erklären? Du kennst unsere Regeln. Aha, da kommt Quasselwasser für dich. Stimmt, ja. Stimmt, ja. Kein Alkohol beim Autofahren. Genau. Gebt mal schön säuberlich. 0,0 Proble. Oder das, Ophi, Wasser. Ja, Quasselwasser. Ich freue mich schon auf Dienstag. Ja, ich auch. Ravioli. Reveilio. Opa? Da gibt es dann wieder so viel Ravioli. Ist das eine Spritze? Muni? Ne, Munki. Munki 31 hat einen Follower da gelassen. Herzlich willkommen im Altenheim, Abteilung Rollatorraudis. Dir auch einen schönen Mittag gewünscht und danke für den Follower. Jo, sagt Opa. Heute Zwölfer? Äh, ja. Ja. Steht sogar im Stream-Titel. Wir haben ein Haim mit Knudeln. Ich glaube, wir haben einen Streifen. Ja, wir haben einen Streifen. Hä? Ich habe keine Ahnung, warum das ist. Ich stehe auf 0 Grad. Ich fahre schneller als du und irgendwie komme ich immer mehr nach rechts. Ja, das mit dem schneller fahren, das liegt daran, weil ich kurz mal auf Elfgang heruntergeschaltet habe. Aber das mit dem immer mehr nach rechts, das ist merkwürdig. Hast du das VCA an? Ja. Ich habe es gerade nochmal kontrolliert. Danke. Euch auch einen schönen Mittag. Ja, danke schön. Das ist ein verzaubertes Feld. Danke schön.